Musik Hallo Freunde, wir haben da was für euch. Und zwar am 2. Mai gehen Jonas und ich live hier aus dem Jam mit einem Talk, Livemusik und aktuellen Themen zum Thema Kleinstadtfestival und da wird Jonas euch jetzt mehr zu erzählen. Genau, wie Robert gerade schon erwähnt hat, haben wir ein paar Gäste, musikalisch werden auch ein paar Bands zugeschaltet werden, nämlich die wunderbaren Leute von Rider Live, Acoustic Stil und heißt Spencer, Robert und ich werden auch noch ein bisschen was zum Besten geben auf der Akustikklampe und wir hoffen, ihr schaltet dann alle ein unter dem YouTube-Kanal Meppen mag dich einfach um 20.15 Uhr jetzt diesen Samstag. Ihr könnt nämlich dann auch mit interaktiv diese Sendung gestalten, einfach indem ihr unter jam-mappen.de slash KSF Fragen einreicht und dann können wir da während der Sendung drauf eingehen. Ich hoffe ihr schaltet alle ein, wir sind schon ganz gespannt. Ja. Und wir sehen uns dann.